Der 13. Dezember, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute Abend auch wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr wartet schon drauf, denn heute öffnen wir zusammen die 13. Tür. Es ist jetzt gar nicht mehr lange bis Weihnachten. Und ja, ich kann euch schon mal sagen, es wird spannend, es wird lustig. Also hier ist für euch Türchen Nummer 13. Korn TV. Hallo Lieben, hier ist Buddy, Mero und die Mary. Und die Mary. So Freunde, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz schöne Weihnachten, eine richtig geile Weihnachtszeit, so weit es eigentlich machbar ist. Und wie verbringst du Weihnachten? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten eigentlich, so richtig Family Time, nochmal genießen, nochmal die Ruhe vor dem Sturm genießen. Und wir haben uns extra schick gemacht, die ist so fürs Video, oder? Ja, wir haben Pudelmütze. Ich muss zugeben, ich habe eine Pudelmütze von Mary auf. Die steht dir mega. Ich habe gesagt, wir müssen uns ein bisschen was einfallen lassen. Wir haben extra noch Sterne dekoriert und ein bisschen uns den Schnee jetzt gestellt. Bisschen, was das Schlimmste ist, hier liegt Schnee. Schnee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ja, kenne ich nicht. Es ist kalt. Es ist kalt. Nein, auf jeden Fall werden wir zumindest auch, also ich denke mal, du auch, oder? Mit der Family, so, ne? Ganz ruhig. Also soweit es geht. Mit den Liebsten natürlich. Ich hoffe, ihr auch alle, soweit es machbar ist. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Nächstes Jahr sehen wir uns dann hoffentlich alle wieder. Oh ja. Falls ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt, Mary hat einen neuen Fanshop, einen neuen Online-Trop. Ja, Mary-Fanshop.de und du wahrscheinlich auch. Ja, genau. Wie gesagt, die Balli-Style-Collection oder auch die Mary und Ballinero-Sachen, die könnt ihr alle bei unserem Freund von Lastinghagen sehen. Die machen Schleichwerbe. Ja, die machen Schleichwerbe. Bestellt euch das, schenkt euch das, unterstützt unser Team und ansonsten habt eine richtig schöne Zeit. Auf jeden Fall. Weil nächstes Jahr, ne? Wir haben echt viel vorbereitet. Es schiebt alles in die Startlöschen. Es kommt natürlich eine neue Mary-Nummer. Es kommt natürlich eine neue Ballinero-Nummer. Auf jeden Fall. Und es kommt natürlich ein neues Duett. Also wir sind bereit. Ihr mit 100 Prozent. Ich weiß das. Wir sind alle bereit. Ihr seid's auf jeden Fall. Wir sind's. Und das heißt eigentlich, wir warten nur, dass wir uns wieder in die Arme schließen können, die Hände nach oben reißen können, laut schreien können, alles genießen können. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr hoffentlich alle wieder auf Mallorca in unserem Bierkönig und machen so richtig Remy-Demy, wie wir es vorher noch gemacht haben. Habt eine richtig geile Weihnachtszeit. Auf jeden Fall. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr auf Mallorca. Ganz liebe Grüße. Eure Mary. Und euer Bali. Ciao, ciao. Liebe Grüße. Ciao. Merry Christmas. Tschüss. Ciao. Ciao.